So, wir haben Spaß an, meine Freunde, bei BambusTV, denn heute geht es um, beziehungsweise jetzt geht es um ein tolles Thema und zwar um unsere Bambusmatten-Spalten. Jawohl, mal was ganz anderes, denn unsere Bambusmatte aus gespaltenem Bambus, die Serie Beach. Liebe Freunde, ja, das ist eine besondere und zugleich eine günstige Variante, einen Blickschutz oder einen Sichtschutz ganz leicht und einfach zu montieren. Das Ganze sehen wir hier in unserer Serie Beach, ja, einmal hier schön bei uns im Studio aufgebaut. Und ja, wenn man sich jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht die ganzen Bambusrohrmatten haben, sondern einfach ein bisschen was Dünneres, warum auch immer, dann haben wir hier für euch eine absolut dekorative Wandverkleidung. Ja, die Split-Bambusmatte setzt sich aus gespaltenen Tonkin-Hoor-Streifen mit einer Breite von circa 0,8 bis 1,5 Zentimeter zusammen. Wir sehen das hier einmal in groß. Ich zeige euch das. Das ist ein Bambusrohr beziehungsweise eine gespaltene Platte. Ihr seht das hier außen, das ist einmal die Außenseite. Das ist natürlich dann bei dem tollen Rollzaun die Seite, die ihr euch auf eure Seite stellen solltet. Ja, die andere Seite, mein Gott, die kann dann zum Nachbarn rüber. Das ist nicht schlimm. Besser sieht er sowas als wie einen hässlichen Maschendrahtzaun. Ja, und das Ganze hier in kleiner, in verschiedenen Längen. Und so sind unsere Rollmatten aufgebaut. Ja, die Außenseite ist natürlich gelb-braun-farbig, ein schönes, hartes Material. Und auf der anderen Seite, auf der Innenseite, ist es dann eher heller. Das sieht man ja hier einmal heller. Und die schönere Seite zu euch ist dann einmal dunkler und ein schönes, hellfarbiges Material. Und, oh, das ist ganz schön stabil. Ja, das Ganze natürlich in etwas kleiner. Das ist jetzt für euch einmal hier als Beispiel zum Zeigen. Ja, die Rohrstreifen, die aneinandergereiht sind, beziehungsweise werden von einem stabilen, verzinkten Draht, man sieht das hier einmal ganz schön ummantelt und so zu einer Rollmatte verwoben, verwebt, dass das alles hier so einen schönen, natürlichen Look hat. Das ist eine günstige und tolle Variante. Und wenn ihr ein bisschen sparen wollt, dann entscheidet ihr euch für unsere schönen, aneinandergereihten Bambo-Streifen. Denn auch die sehen toll aus und geben natürlich einen absoluten schönen und tollen Naturlook in euren Garten, auf eure Terrasse oder, oder, oder. Ja, wir haben natürlich die verschiedensten Ausführungen. Wir haben Matten in einer Länge von 5 Metern und das Ganze in verschiedenen Höhen von 90 Zentimeter, von 100, 1,50 Meter, auch 1,80 Meter im Repertoire und 200 Zentimeter. Entscheidet ihr euch für die Matte mit einer Länge von 300 Zentimetern, da habt ihr dann die Möglichkeit, die Höhen zu wählen mit 90, 100, 150, 180 und 200 Zentimeter. Ja, ihr bekommt dadurch einen tollen Sichtschutz, eine tolle Qualität mit einer Blickdichte von 70 bis 80 Zentimeter. Bekommt ihr, das sehen wir einmal hier drüben, das sieht ganz gut aus. Also wenn der Nachbar mit der Unterbuchse rumläuft, dann habt ihr hier natürlich einen Blickschutz. Ja, und dann haben wir natürlich einen tollen Tipp für euch. Das Ganze ist natürlich für einen absolut guten Sichtschutz. Die Matten kann man natürlich, da sie so dünn sind, auch doppelt nehmen, dass der Sichtschutz nochmal sich erhöht, dass man im besten Fall dann schon gar nichts mehr sieht. Dann habt ihr fast 100 Prozent schön dünn, trägt nicht auf. Und so könnt ihr das dann doppelt super verwenden. Zu unserer Produktqualität. Ja, unser Bambus ist natürlich, wie ihr wisst, ein Naturprodukt. Und ja, aufgrund äußerer Einflüsse und je nach Standort können natürlich Rissbildungen oder Spalten oder Farbveränderungen entstehen. Aber das ist ja vollkommen normal. Es ist ja ein absolutes Naturprodukt, was draußen wächst. Also nicht hier wie so ein zusammengeschreinerter Tisch, der schön weiß ist, sondern naturpur. Das ist der Splittbambus. Ja, und der Splittbambus wird natürlich auch aufgrund seines niedrigen Gewichtes und seiner einfachen Montage sehr, sehr gerne als Sichtschutzmatte in Garten, Terrassen oder Balkonzäunen montiert. Ja, wir haben hier im Studio eine tolle Pergola aufgebaut. Das seht ihr aus den Bambusrohren. Und auch da haben wir die Möglichkeit, ja, einmal hier den Zaun oben drauf zu legen, dass wir da ein schönes Dach haben. Entweder einfach oder doppelt. Je nachdem, wie viel ihr euer, ich sag jetzt mal, euren Sitz darunter beschatten wollt. Ja, aber auch als tolle Wandverkleidung funktioniert das in Natur pur. Und das ist das, was wir wollen. Das ist das, was ihr wollt. Es ist alles naturbelassen. Und ja, mit Farben lasiert, egal ob im Innen- oder Außenbereich, kann man das natürlich auch sich ein bisschen anstreichen. Auch das ist kein Thema. Ihr könnt das natürlich grün, blau, gelb machen. Das ist wurscht. Da könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Ja, Innen- und Außenbereich. Beide Sachen funktionieren wahnsinnig gut. Dachauflage ist natürlich absolut super geeignet. Muss jetzt nicht bei der Pergola sein, sondern kann auch bei was anderem sein. Da sind natürlich, wie ich immer so gerne sage, keine Grenzen gesetzt, meine Lieben. Ja, und so bekommt ihr natürlich ein tolles und günstiges Produkt nach Hause. Bambus vom Feinsten. Das Ganze dünn, nimmt wenig Platz. Oder vielleicht müsst ihr natürlich gucken, dass ihr von der Tiefe ein bisschen was einspart. Da seid ihr hier absolut auf der richtigen Seite. Ja, und verzinkt habe ich schon erklärt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch befestigen in verschiedensten Varianten. Da könnt ihr einfach mal in unseren Shop reingehen. Da haben wir viele Möglichkeiten mit Befestigungsschlaufen oder mit Naturfaserprodukten oder, oder, oder. Und das Ganze funktioniert auch wahnsinnig. Einfach so, dass ihr euren Sichtschutz wirklich an der richtigen Stelle habt. Ja, so, das Ganze natürlich in verschiedenen Höhen und Längen, so wie ich es euch gesagt habe, auch einfach zu kürzen. Das funktioniert auch wahnsinnig gut und wahnsinnig schnell. Das ist unser Split Bambus. Ja, er ist nicht nur günstig, er ist leicht und er bietet euch natürlich ein absolutes Rundumprogramm, egal wo ihr ihn einsetzen wollt. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zugucken und einfach mal den Kanal abonnieren und unten den Beschreibungstext durchlesen. Und dann habt ihr hier ein gesplittetes Vergnügen, eurem Garten, euer Zuhause zu verschönern. Wir wünschen viel Spaß dabei. Danke, euer Peter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.